So, was willst du? Wenn du was kaputt machst, gibt's Ärger. Ich mach nichts kaputt. Ich hab jetzt grad gar keinen Turner drauf. Hau ab, ich hau wieder zu. Aha. Ich hab euch selbst getroffen. Ne, ich hab dir die Flasche wieder um die Ohren gehauen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Vanilla Minecraft Let's Play mit Mods Crazy Craft 2 mit dem allseits beliebten Lökoper. Und dem Larker natürlich, mit wem er auch sonst. So, das ist jetzt schon die letzte Folge unserer Epoche. Das heißt, nächstes Mal gibt's wieder neue Mods. Heute ist Wochenende. Alter, wie du einfach hier meinen Bunker mit Lava zugebaut hast, weißt du? Naja. Unsere Obsidian, ey, das macht doch... Ähm, wie viel Wolle brauchst du noch? Dann geb ich dir grad welche. Ich helf dir grad mal. Und ich wollte mir deinen Anzug angucken. Äh, 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 äh. Äh, dämlich. So. Äh, ich habe Wolle. Ne, Wolle hab ich doch jetzt schon. Ich dachte, ich soll dir welche bringen. Ne, ist okay, ist okay, ist okay. So, schwamm drüber. So, den Anzug wolltest du dir anschauen? Ich baue, ich baue. Achtung, pass auf. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Was machst du? Ja, ich mach dir ein bisschen gut. Tadaa. Dankeschön. Enderman. So, ich muss ganz schnell was machen. Was denn jetzt schon wieder? Booyakalöle. Booyakalöle. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Gut, dass du es nicht bemerkt hast. Was denn? Du hast mit Lava mein Keypad zerstört. Dein was? Mein Keypad. Echt? Das geht? Ja. So wie es aussah, ich habe die Lava weggemacht, auf einmal war da ein Loch im Bunker. Gut zu wissen. Hast du das nicht gesehen gehabt? Ne, ich bin doch direkt rausgeflogen dann. Aha. Weil du ja eigentlich da rauskommen solltest. Ja, das war natürlich doof von dir. Jetzt habe ich das mit, ähm, jetzt habe ich gar kein Keypad mehr. Du musstest aber wieder hinbauen. Ne, ich habe da jetzt einen normalen Dings reingesetzt, dass ich da selber gar nicht mehr rein kann aktuell. Ganz toll. Ganz toll. So, heute habe ich was ganz tolles gesagt. Hast du so ein Block-Remover-Tool? Ja, sicher. Irgendwo. Enderman! Das habe ich genau gesehen. So, jetzt reicht's. Immer diese Nachbarn, die ihren Müll ja einfach liegen lassen. Das ist ja unglaublich. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja. Oh, Mann ey. Das kann doch nicht wahr sein. Vor meinen Augen. Was denn? Hat er einfach hier einen Erdblock hingesetzt. Unglaublich. Drecksack. So. Ähm. Ich brauche was ganz besonderes. So, jetzt muss ich eigentlich mal... Ich muss jetzt eigentlich mal gucken in meinen Screenshots. Wehe, du hast, ich muss in den Nether. Ich muss in den Nether. Und wehe, du hast da wirklich irgendeine Mine hingesetzt. Nein. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Wo soll die denn sein? Ja eben. Da ist keine Mine. Ich habe kein Feuerzeug dabei. Echt? Wehe. Ich habe keinen Flint und nix. Oh, geil. Ich fliege jetzt in den Nether und mache einfach die Fliparmel aus. Nein. Und dann bleibe ich da drin und habe da meinen Spaß, während du versuchst wieder rauszukommen. Dann bist du an mich angewiesen, um da wieder rauszukommen. Wäre das fies? Wäre das fies? Da ist eine Mine, oder? Ich bin doch nicht blöd. Wieso sollte ich da eine Mine hin tun? Ne, warte mal, oder? Aber dein Haus ist jetzt unbewacht, oder? Na ja. Ja. Erstmal kurz überlegen. Sehr schön. Ach, das ist ja... Ah, ne warte mal. Oh, ich habe sogar das Ding dabei. Mein Minendetektor habe ich dabei. Echt? Dein Minendetektor? Ja. Was denn? Was ist denn dein Minendetektor? Um festzustellen, ob deine Mine ist. Na, wie denn? Ja, ich weiß nicht, wie ich diese Einstellung aufrufen kann, dass du sehen kannst, welcher Block das ist. Ja, und was hast du dann gemacht? Das hatte ich schon letztes Mal genau so angestellt. Ja, was ist das denn? Der Minendetektor? Erzähl mal. Nein, das ist einfach nur ein ganz normales Vanillatool. Ja, was ist das denn? Ja, das... Nein, das sage ich dir nicht. Nein, und jetzt fang nicht wieder an mit dem bitte, 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 bitte. Nein. Nö, hab ich kein... Nö. Danke. So. Gut, und jetzt geht's los, Freunde. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles noch zusammenkriege. Eigentlich wollte ich ja bauen, und du auch, ne? Ja. Aber ich habe das Gefühl, es wird heute nichts. Ja, ich habe gerade so gar keine Lust. Ich müsste eigentlich erst mal meine Screenshots mir angucken. Ja, ja, ich habe das auch immer offen, aber irgendwie... Cobblestone. Okay. Registriert. So. Das heißt, ich hatte hier noch irgendwo... Das mit Thor's Hammer hattest du, ne? Was denn? Den Gag. Ja. Das war ja... Hattest du schon gebracht. Ja. Okay. Ah, Kruzifix. Hä, wo habe ich denn Redstone? Red... Red... Du weißt doch eher, wo meine Sachen liegen. Wo habe ich Redstone hingepackt? Weiß ich nicht mehr. Ich wusste nur, dass wo die Ender Augen und Perlen liegen, damit ich dir sagen kann, wo sie sind, weil ich sie nicht geklaut hab. Meine W-Taste. Oh, jetzt habe ich was weggeworfen. So, jetzt muss ich hier gerade mal meine Screenshots öffnen. Das kann doch nicht wahr sein, ich hatte hier doch irgendwo noch Redstone. Äh... Äh... Hatte ich das nicht sogar dabei? Dann müsste die... So... Okay. Machen wir das jetzt für ganz dumme. Crazy Craft... Nein. Crazy Craft 2. Da ist nachts drin. Da ist nachts drin. So, Screenshotsch. Ich drücke W. Für was denn? Wegrennen? Das nicht. So, und dann kommt erstmal... Oh, sag nicht. Ich glaube, ich habe das im Bunker. Nein, da komme ich doch gerade nicht ran. Ist auch nicht drin. Boah, ey. Ah, okay. Das kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt wieder daran scheitert heute. Okay. Mann ey, so lange mal hab ich euch keinen Bock mehr. Es geht einmal da... Ich bin so blind. Ich bin einfach blind. Okay. Ist wirklich nicht hierbei. Und dann... Hast du mir Redstone geklaut? Nein, ich habe dir gar nichts geklaut. Ich habe es nur gesagt, aber ich habe nichts geklaut. Ach, ich habe ja doch das hier. So. Also ich mache es jetzt genauso wie du, dass man wirklich kein Keypad hat und sich wirklich immer reinbauen muss. Ja, das funktioniert aber halt auch. Nein! Ich habe ein Haar im Mund. Idiot. Nein! Was? Es ist ein Creeper Chicken in mein... Nein, 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 nein. In meinen Bunker geflogen. Geil. Wie... Wie ist das da reingekommen? Ich habe die Tür offen gelassen, weil ich schnell weg wollte vor dem Vieh und dann... So. Redstone. Hier musst du drin sein. Ha. Bingo. Shit. Ich gehe jetzt weg. Dann brauche ich ein Problem. Und... Und schon habe ich das Ding gebaut. Yeah. So. Gerade mal testen. Wie war das denn jetzt? So. Okay. Jetzt brauche ich noch das. Und das. Ich würde so viel erzählen, aber dann würde ich immer so viel verraten. Das ist doch langweilig. So. Nicht explodieren! Nicht explodieren! Nicht explodieren! So. So. Und so. Und so. Sehr schön. Dann brauche ich noch eine Sache. Und zwar... Wo ist es denn? Hier. 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 Hier das. So. Oh Mann! Ich muss jetzt loswerden, ohne alles abgeschlachten. Oh Mann! Das kann doch nicht mehr sein. Ja! Ich hab's geschafft! Wieso brauche ich denn noch was... Oh! Gerettet. 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 Irgendwas. Irgendwas. Ich habe einen Fels gefunden. Auf wen sind die alte Pioniere Meilenwald geritten. Ja, ja. Ich habe schon deine Andeutung verstanden. Gerettet. 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 So. Eins. Zwei. Gut. Das heißt, das kann ich auch noch nicht machen. Toll. Äh. Ups. Ah, okay. Die hat er nicht gesetzt. Hier. Dann brauche ich halt. Äh. Hast du noch Pfeile? Äh. Bist du eigentlich zuhause? Ja, bist du. Ja, bin ich. Ich bin in meinem Hausanbau. Okay. Das trifft sich gut. Ich habe nur noch ein Geschenk für dich. Hör auf mit dem Mist. Was ganz tolles. Ja, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du wirst dich freuen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. So. Jetzt geht es los. Nein. Oh, du baust schon an deiner zweiten Etage? Oh. Wow. Ja, ich muss den Boden erst nochmal gescheiterweise machen. Was machst du denn hier? Hau ab. Ich guck nur, was du so machst. Wo ist er denn? Ich find den wieder nicht. Hä, ich bin direkt neben dir. Wo denn? Ach, da war er. Ja. Ich kann mich nicht mehr aufladen. Ich hab kein... Man ey, warum darf ich denn nicht mal bei dir schauen? Weil du irgendwas vor hast. Ich doch nicht. Ja klar. Gerade du. Oh. Du bist so ein Penner. Ich hab doch gesagt, ich kann mich nicht aufladen. Oh. Entschuldigung. Ich lass deinen Grabstein so wie er ist. Ich werd nicht drangehen. Der bleibt genau da wo er ist. Außerdem hast du mir ja vor ein paar Epochen, beziehungsweise vor einer Epoche glaube ich war das, eine Diamantrüstung geklaut, ne? Ja. Es war doch verboten, dass man andere Gräber aufmacht. Du hast gesagt, mach auf. Ah, 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 ah. Da ist ein Creeper bei dir. Ich kann jetzt für nichts garantieren. Das ist nämlich direkt bei meinem Grab. So. Mach das Ding unten zu, sonst fliegt dir alles rein. Ja, mach das so zu. Wird sonst dreckig bei deiner Bude da unten in deinem Keller. Okay. So, weg mit dir. Blöder Creeper. So. Hab ich alles eingesammelt. Warte, ich guck mal. Ja, hier liegt nichts mehr. Hast du alles. Ja, verarsch mich nicht. Wo ist meine lucky Ausrüstung da? Am Arsch. So, was willst du? Wenn du was kaputt machst, gibt's Ärger. Ich mach nichts kaputt. Ich hab jetzt grad gar keinen Turn da drauf. Hau ab. Ich hau wieder zu. Aha. Ich hab mich selbst getroffen. Nee, ich hab dir die Flasche wieder um die Ohren gehauen. Ich hab genau dann geschlagen, als du die Flasche nach mir geworfen hast. Ich seh's. Ja, das musst du auch erst verschaffen. Timing nimm ich das. Warte mal. Killt beide Hacker using magic. Ja. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Vor allen Dingen ist doch jetzt glaub ich nur ein Grabstein, ne? Ja. Du bist doch auch nur einmal gestorben. Und du? Ja, ich nicht. Wie? Ich seh doch. Du bist nicht gestorben. Nee. Hör auf damit. Hör auf mit dem Scheiß. Nein, nein. Hör auf mit dem Scheiß. Was? Du hast das echt... Kannst du nur so gemein sein. Ah, sorry, 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 warte. Was hast du alles dabei? Ich glaub ich hab irgendwas von dir. Ich hatte auf jeden Fall Diamanten hatte ich dabei. Hab ich nicht. Nee, ich hab nix von dir. Wo ist meine... doch, hier. Außer vielleicht ein Stück Chicken, aber das glaub ich nicht, dass du es unbedingt brauchst. Was machst du da? Hau ab jetzt. Jaaa. Das Glas sieht im Übrigen scheiße aus da oben. Ich weiß, ich mach's auch wieder weg. Wieso funktioniert einfach nix mehr? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, sehr schön. Ich freu mich. Kein Bock mehr. Das kann doch nicht... Nix, nix funktioniert. Ah, naja, das hier könnte noch lustig werden. Bin ich blöd? Wo hab ich diesen blöden Blockremover hin? Ich brauch noch was. Äh, hast du doch hier noch einen? Hast du nicht meinen Obsidian zufällig aufgesammelt oder hatte ich das abgelegt? Nee. Liegt das hier nicht irgendwo noch? Hast du den nicht hier irgendwo reingelegt? Nein, hau ab jetzt. Komm nicht. Ich hab das nicht. Das ist meins. Ich hab doch gar nichts rausgenommen. Hier ist irgendwo noch mein Obsidian. Okay, gut. Ja, ich hab's gesehen, da waren nur sieben drin. Genau. Es waren mal neun und dann hab ich den Rest hab ich dann... Ja, ich weiß. Ja, genau. Oh, ey, diese... Irgendwie ist die Epoche extrem anstrengend. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Vier... Verdammt, dann fehlt noch mehr. Wo hab ich denn diesen Blockremover hin? Ich krieg doch echt hier die Tür nicht zu. Ja, eben. Das ist echt... Schwierig. Wieso... Gut. Wieso ist mein Glas nicht mehr im Ofen? Hast du mir ein Glas geklaut? Nein. Hast du mir ein Glas geklaut? Nein! Ich mach mir grad selbst Glas. Das kann doch nicht wahr sein. Das hatte ich... Hatte ich das nicht eben... Moment! Nee, das brauch ich schon mal. So... Ah, mein Glas. Was kam jetzt in die Mitte? Ich hab's wieder vergessen. Und wehe, es war Redstone. Dann brech ich ins Essen. Wieso denn? Was brauchst du denn? Weil ich habe... Ansonsten hätte ich das... Ach so, ich benutze hier nur Scheiben. Bitte, 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 bitte. So war das mal. Nein! Oh, ich die... Nein, doch! Ah, halt doch die Gosh jetzt! So, was machst du denn gerade Schönes? Ich bin auf Redstone-Suche. Ich komm hier nicht klar mit den Tonen. Ich komm hier nicht klar. Ja, wir gehen. Entschuldigung. Da, da, da. Neun Stück oder eins? Ach nee, es sind vier, es sind zwölf. Zwölf? Ja. Ich... Flippe gleich hier aus. Ich bin kurz davor. Hier ist Kohle, schau mal. Das sind Glass-Paints. Wieso sagt mir das keiner? Was machst du denn? Was willst du denn bauen? Glas. Für was brauchst du da Redstone? Ich hab das hier zufällig gesehen. Für was? Das Glas. Hä? Was hat das jetzt mit Redstone zu tun? Ja, das siehst du dann. Ich will's nicht sehen. Erzähl's mir einfach. Nein. Doch. Jetzt lass mich doch hier einfach mal meine Sachen bauen. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch fängt das jetzt schon wieder an. Das war so eine beschissen Aktion von dir. Ach komm. Stell dich jetzt auf. Weißt du, möchte ich einmal bauen und dann sowas. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, dass du nicht... Du willst doch gar nicht bauen wirklich. Natürlich will ich bauen. Ja klar. Und jetzt hab ich jetzt mal Glowstone hier angebracht. Das wollte ich nämlich auch schon die ganze Zeit. So. So. Ich muss auch mal irgendwann den Boden hier ausbauen. Der muss ja aus Holz sein eigentlich. Ich hab keinen Bock mehr auf die Screenshots zu schauen. Ich mach das einfach so. Ah nee, Moment. Das ist ja auch alles Wolle. Sehe ich das richtig? Der Boden bei dir? Also vom zweiten Geschoss? Vom ersten Geschoss. Echt? Ich dachte, das war Holz. Nee, der erste Geschoss ist der Boden. Hä? Nee. Nee. Oder teils. Das ist ja komisch. Das ist... Das ist alles Wolle, nur dieses kleine Vordach. Da ist Holz drunter. Ich muss echt sagen, also eigentlich das, was ich vorhabe, das funktioniert gerade leider nicht. Weil ich leider zu wenig Glowstone habe. Genau. Das hier ist... Ah, okay, gut. Dann mach das hin. Was macht das Schwein bei meinem Skeleton-Chicken? Hat sich das verlaufen? Wie kommt das überhaupt hier rein? Das kann doch nie im Leben hier gespawnt sein. Bonemeal. Und die lassen dich noch immer nicht vermehren, oder? Das ist doch echt merkwürdig. Ich glaube nicht. Hast du es mit Knochen probiert? Nicht mit Bonemeal? Nee, mit Knochen. Ich habe keine Knochen aktuell. Ich habe auch keine, glaube ich. Leider. Das ist... Momentan sind bei mir Knochenmangelware. Ich habe da überall schon Bonemeal draus gemacht, um die Chickens zu tamen, aber... Ja eben. Das ist wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. So richtig. Ach. Da hat der Modder, glaube ich, ein bisschen gepennt. Ja, oder... Sind die gerade ein bisschen durcheinander. Wir hatten das doch immer mit Bonemeal gemacht. Ja. So, blöd. Da oben war es, ich habe es gesehen. Stimmt, hier hatte ich das Ding gelassen. Ah. Gut. Dann werde ich jetzt schon mal eins machen. Moment mal, warte mal. Ist das vielleicht... Nee, das ist halt nur für eins. Ah. So, und dann kommen da drei Stück. Kann ich das hier gerade nochmal ausprobieren. So. Hattest du jetzt eigentlich den eigenen Lucky Block nochmal gebaut, oder nicht? Nee. Okay. Keinen Nerv gehabt. Okay. Ah, dafür brauchst du den Redstone. Okay, macht Sinn. Mist. So, jetzt brauchst du ein bisschen Wolle. Hast du meine ganze Schafe jetzt mittlerweile auch gefärbt? Nee. Okay. Ich glaube, ich lasse das jetzt hier erstmal so. Sollte ein bisschen... Ach. Dann, äh... Auch nicht schlimm. Ja, also wie gesagt, falls diese Folge, äh, dieser Epoche ein bisschen merkwürdig ist, jetzt... Ich weiß auch nicht, woran das... Ja, also irgendwie... Irgendwie ist es gerade... Normalerweise sind wir eigentlich immer hochmotiviert für diese Aufnahmen. Und wenn wir unmotiviert sind, nehmen wir eigentlich gar nicht auf. So ist das bei uns. Ja, das ist ja dein Quatsch, weil dann kann es auch gleich was machen. Aber irgendwie waren wir auch anfangs so richtig motiviert. Und dann auch unsere To-Do-List, wir wollten auch was machen. Wir haben ja auch immer irgendwelche Ideen, aber dieses Mal ist das alles so schleppend. Manchmal funktioniert irgendwie so... Irgendwie funktioniert auch fast gar nichts. Auch wenn wir hier ein paar Sachen ausprobiert haben. Also müssen wir uns da echt dafür entschuldigen. Das wird wahrscheinlich ab nächster Epoche wieder... Ja. ...dafür umso schlimmer. Noch schlimmer! Noch schlimmer! Noch schlimmer! Nein! Doch! Ich weiß ja nicht. Irgendwie gefällt mir dieses Hausdesign nicht so ganz. Es passt sich dir an. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, bis die Böder hier soweit sind. Moment. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Nee, Moment. Was ist ja jetzt am sinnvollsten? Das nicht. Der Scheiße. Ähm, ich glaube ich werde mir sogar... Na komm. Da kommen noch drei und dann geht das noch da hinten. Ah, okay. Das wollte ich auch mal machen. Okay. So. So. Oh! Ah! So, warte. Jetzt will ich nur noch hier die Bilder mir wieder... ...recht... ...dissortieren. Dass ich das dann auch richtig sehe. Du? Quality... So. War das hier nicht irgendwo oben? Zwo. Okay. Okay. Hm. 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 War das nicht hier und wie mit dem... Vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt... Glas. Und dann kommt wieder... Ach, nein. Ach, egal. So. So. Das ist wirklich... Vier hoch. Bin ich da sicher? Verdammt. So. Nein, bin ich nicht. Ach, verdammt. Oh, eins, vier. Gut, das lass ich erst mal daraus gegen, damit ich das ja nicht vergesse. Und dann mal gucken, weil... Also ich hab halt auch das Problem, dass ich meine Schafe abernte und dann meine Decke hier weiterzubau und dann muss ich wieder warten, bis die Schafe hier Wolle tragen. Ja. Also du kannst gerne, wenn du möchtest, jetzt mal dir schnell Wolle von den Schafen bei mir mobsen. Fliegt eigentlich noch immer die Fliege bei dir rum? Nee. Weil Fliegen fliegen ja normalerweise dahin, wo es stinkt. Also von daher wundert mich das. Ja, aber so viel Scheiße, wie du laberst, da die von Scheiße angezogen werden, wundert es mich, dass bei dir keine sind. Obwohl aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man das so vergleicht. Naja. Ich meine, du bist ja der Herr der Fliegen von uns. So, als lahme Schildkröte. Hä, was hat das mit Herr der Fliegen zu tun? Du bist doch die meiste Zeit in der Fledermaus. Ich auch, aber trotzdem. Tja. Dieses Rätsel obliegt nun dir zu lösen. Oh, erinnere mich bloß nicht an Herr der Fliegen. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du hast hier echt reinforced glass hier hingebaut Das warst du, oder? Nein, ich war das nicht Ich kann das nicht abbauen, hier steht, dass es nicht mir gehört Was hast du denn da für ein Trank? Was für ein Trank hast du denn da? Ich habe Junkboost Stimmt Hä, wieso habe ich denn reinforced glass dahin gebaut? Keine Ahnung Hä? Da ist ja gepennt, glaube ich Hau ab Was wollte ich überhaupt bei dir? Hau ab Ich überlege, was ich bei dir wollte Hau ab Siehst du deinen Radar, oder was? Ja Weil ich suche dich hier die ganze Zeit Ich bin auf meinem Dach, du Fluppe Komm mir besser nicht zu nah Es wird wieder schmerzhaft für dich ausgehen Ja gut, komm Ich muss mir irgendwie mal einen anderen Ausgang bei dir bauen Damit das nicht so oft auffällt, dass ich da in die Oben rausfliege und reinfliege So Nein, wirst du nicht Das kann ich ja Was? Wieso nicht? Warum? Du hast dir Wolle direkt bei mir geklaut Nein Das stimmt doch gar nicht Guck meine Schafe an, die sind doch alle geschoren Ja, du hast aber gerade eben gesagt, du hast keine Wolle mehr Ja, weil ich eben gerade welche auch geschoren hatte Ja, was hast du dann bei mir gemacht? Was meinst du, wie oft ich die in der Folge gerade abernte? Was hast du bei mir gemacht? Ich habe bei dir nach etwas gesucht Was denn? Ich habe etwas gesucht Was denn? Etwas Los jetzt, Tacheles, runter bei dir Fische Etwas ist keine Definition von dem, was ich wissen will Also Was Kleines Jetzt wieso hast du nicht dein Ach, egal Ich sage jetzt nicht So, ich habe Knochen, mal gucken, ob sich damit die Hast du die jetzt aus meinem Nein Nein Warum sollte ich? Ich würde dir nie was klauen Du glaubst mir auch nie was Ja, ja, genau Was glaubst du mir denn? Und den Weihnachtsmann gibt es wirklich Du glaubst mir was? So Wie kommen diese ganzen Zombies hier rauf? Das kann doch gar nicht wahr sein F7 Aha Flieg Jetzt habe ich zwei Knochen Wow Da So, ich versuche jetzt mal Ich habe ganz viele Knochen hier Oder hast du mir das Schwein hier reingesagt? Es ist tatsächlich Es sind tatsächlich Knochen Du kannst hier nur Knochen vermehren Ja Ach, was soll das denn? Wieso haben die das geändert? Das war doch vorher nie der Fall Ja Oder verarschst du mich gerade? Was denn? Wieso sollte ich dich verarschen? Was habe ich denn davon? Ne, nach dem Motto, dass du es eigentlich schon die ganze Zeit wusstest Ne, keine Ahnung Wir müssen auch mal wieder so einen Claydoll Fight irgendwann machen, ne? Oder? Ja, definitiv So, aber ich sage es nur ungern, aber wir müssen jetzt auch schon wieder hier Was? Ich dachte, wir machen die Folge länger Ja, ist schon länger Ja, stimmt auch wieder Vor allem, weil wir die letzten Folgen, um ehrlich zu sein, immer überzogen haben Das ist so eine Sache gewesen Und außerdem, ihr merkt es ja selbst Es läuft irgendwie nicht so ganz rund Irgendwas ist hier faul So So Aber wenigstens Könnte ich hier ein bisschen was machen Ich versuche das ja noch vor der Folge Also, ich glaube nicht, dass ich mit meinem Haus Vor Folge 60 fertig werde Ja, das ist, äh Befürchte ich bei mir halt auch Das ist wirklich so eine Wäre zwar schön gewesen, aber Dafür Komm schon So Ich tacker jetzt hier gerade mein ganzes Grundstück zu mit, äh Fackeln Damit ich dann, damit hier nichts mehr spawnen Ich habe keinen Bock mehr Inwiefern funktioniert eigentlich das Radar? Also, was für ein Radius hat das Radar eigentlich? Ich sehe dich jetzt Jetzt? Ja Und jetzt? Jetzt nicht mehr Ich bin die ganze Zeit stehen geblieben Aha Ah, ich dachte es mir Es war mir eigentlich zu einfach, aber, ähm, ja So So Ist ja keine Grunde mehr Das heißt, du siehst mich gar nicht Ja, richtig Ich habe das gerade ausgemacht, weil das mir um den Sack geht Auf Dauer Auf Dauer Das ist mir, das war mir zu nervig Ah, da oben bist du Okay Hast du mich gesehen? Ja So So Das ist das Lustige ist, das juckt mich einfach überhaupt nicht Ich merke das schon Ich muss mal wieder meine Trollliste erweitern Ich habe da noch einige Sachen, aber das ist alles so aufwendig So Machst du die ganze Zeit packeln bei mir weg, oder was? So, jetzt aber So Sehr schön, sehr schön Warum sagst du nichts? Wir sind aber auch ganz viele Viecher Ja Ich weiß auch nicht, woher die immer kommen Ich habe immer die Sorge, dass du die irgendwie hier platzierst Warum sollte ich das tun? So viel Zeit habe ich doch gar nicht So, aber jetzt mal, wo wir gerade von Zeit reden Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gespielt Wir sollten jetzt langsam wirklich mal beenden Das tut mir echt leid Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Kommentar Demnächst wird es dann wieder ein bisschen actionreicher Ja, genau, aber das war ja auch mal ganz entspannt eigentlich So zwischendurch, ne? Ja, ich weiß nicht, das ist schon eher abwechslungsreich Ja, dass wir jetzt etwas ruhiger waren Alrighty Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin Bis dahin und tschüss